Optimieren Sie Ihre KYC-Abläufe. Geldwäsche kostet Finanzinstitutionen weltweit geschätzt 800 Milliarden bis 2 Billionen Dollar im Jahr. Die Straftat kann einzelne Finanzinstitutionen und sogar den Finanzsektor eines ganzen Landes destabilisieren. Indem Sie den Kunden kennenlernen, machen Sie den ersten Schritt, sich vor den möglichen Reputations-, operativen und rechtlichen Risiken von Geldwäsche und anderen Finanzstraftaten zu schützen. Wird das Kennenlernen des Kunden aber ineffizient gehandhabt, kann dies Ressourcen aufzehren, was wiederum zu hohen Betriebskosten führt. NTT Data kann hier helfen. Mit Technologie der nächsten Generation bündelt unsere digitale Plattform für KYC ein Paket von Due Diligence Angeboten für hocheffiziente und automatisierte Geschäftsabläufe. Die in der Cloud oder vor Ort gehostete Plattform kann an Ihre konkreten Bedürfnisse angepasst werden. Für nahtlose optimierte KYC-Abläufe Eine einzelne API-gesteuerte Benutzeroberfläche lässt sich mit mehreren Datenquellen verknüpfen, während Computervision die Fähigkeiten der Plattform verbessert, Daten zu extrahieren. Die Plattform nutzt Anti-Geldwäsche und Anti-Terror-Finanzgrenzwerte, um den Endbegünstigten von Einheiten zu ermitteln und dann Risikoempfehlungen abzugeben. Künstliche Intelligenz reduziert dabei falsche Positivergebnisse und verarbeitet automatisch die Ergebnisse von Screenings. Damit sind deutlich weniger manuelle Eingriffe nötig. KI ermöglicht eine fokussierte Qualitätssicherung durch Datenmodelle maschinellen Lernens. KI kombiniert mit einer Initiative für digitale Transformation, verbessert die Kundenerfahrung, fördert das konsistente Befolgen regulatorischer Vorgaben und sorgt dafür, dass hohe Standards eingehalten werden, während die Betriebskosten für KYC reduziert werden. Sie beschleunigt auch das Onboarding von Kunden und überwacht, ob in Kundenprofilen erhebliche Änderungen vorgenommen werden, die eine Abhilfe auslösen können. All dies wird mit einem umfassenden Prüfungspfad, mit Geschäftseinsichten über Echtzeit-Dashboards und mit regulatorischen Berichten umgesetzt, sodass Sie einen kompletten Überblick über Ihre KYC-Abläufe erhalten. Schreiben Sie unseren Experten noch heute unter bpo.nttdata.com oder besuchen Sie unsere Webseite unter nttdataservices.com slash bpo.